Ja Ja, hi und willkommen mein name ist an die rp und ich begrüße euch zurück zuletzt play dragon ball hat ja in letzter folge haben wir wurde piccolo wiederbelebt mit den namen kernischen dragon balls um song waren clean und vielleicht auch vegetar zur hilfezahlen und ja wir sind gerade auf dem weg zu freezer welcher sich übrigens in der zweiten form jetzt verwandelt hat und ja mal schauen auf screen ich habe ein bisschen geangelt habe irgendwie so einen goldenen fisch oder so gefunden und ja man schlecht und ja ich habe alle schiffe kaputt gehauen aber ich habe nichts dafür bekommen wird mich ein bisschen ja warum warum auch ne sonst setzt eigentlich nichts koppelkampf oder so gab es auch noch 1 oder 2 was dann auch schon ein paar kugeln habe ich gefunden so ein oder zwei glaube ich da war es eigentlich und ja wir schützen uns ins getümmel da kommen noch echt zwei gegner oder so direkt davor ich weiß das nicht weil ja währenddessen ich habe doch gerade umgewacht stimmt ja stimmt wie seite ihn aufgeschließt im letzten daten also wer schaden auf der rüstung verschwindet so wie gesagt so wie gesagt was wieder zurück alles vorbei an 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 Das gibt mir eine Idee. Und senkai bewusst so viel wie voll power ist es geht Ja? Mad side? Ja. Es geht aber nicht, weil ich bin jetzt zwei Typen. Ja. Mit den Angriffen von Piccolo. Das ist mal wieder in der Steuerung reinkommen. Ok. Wow. Sehr gut. Ich nehme mal auf den Weisen. Ja. Ja. Nein. Er hat das gefragt. Ja. Okay. Da ist gar nicht mal so einfach so gerade. Ja. Bei denen seine Konter sich irgendwie ankündigen. Aber ich sorge. Ja. Da gehört mir. Boah. Davon angedüßt. Oah. Ja. Die wäre angriffig abgemacht werden wir jetzt. hat er noch nicht völlig das aber nicht so in der story passiert jetzt auch voll fresh ein paar klamotten gekauft da war die ungern alle benutzen bei mich in jedem kampfer die aufspieler also kann er keine postung wird er schon stark genug richtiger angriff er hat noch nicht voll naja gott dann habe ich noch gesehen in die fresse so wie ich frage jetzt mal im letzten moment aber ja oh gott und kommt dann ist man am leben nein nein das gibt es jetzt nicht der anfang des kampfes war ein bisschen so war ganz noch bei das spiel nicht zu einfach also ein bisschen angst aber das spielt halt nur sehr spontan mit seinen schwächkeitsgrad ich verstehe nicht warum wir irgendwie mehr schaden mit piccolo bekommen anstatt mit von bohr an und so wir haben ja schon gegen die zweite phase wieder gekämpft der war einfach der kampf da war man glaube ich mehrere leute jetzt macht glaubt schon so ein unterschied was doch wie wir machen keinen sinn weil piccolo hat ja im wohnen aufgerüstet zweite form zu dieser doch her gott da ich bin doch da verstehen wir nicht warum manchmal angriff irgendwie nichts bringen so ja jetzt haute ich habe ich den kaputt jetzt mal reagiert auch manchmal greifte an die tun irgendwie gar nicht irgendwie gestand werden ich wollte schon sagen gott dazu da naja ich habe aufgeregt wird wir meinen drach sind vermogen ich erinnere mich noch zurück in kai chi wo man einfach nur gegner weg steuern mussten kam ja mehr hinterher werfen muss und dann immer funktioniert ja ich glück habe trifft man irgendwie so nein gibt es jetzt nicht naja tatsächlich bei bewegen so manchmal an feuer übrigens dass mich mal raus das ist einfach noch nicht zugelöst wir haben angefangen gesetzt kommt so ein paar hinterher werfen jetzt gar nicht warum mich irgendwie so eine zielmarkierung ist wenn ich sowieso noch einmal analysieren muss das war es wenn du als hax danke der tausend kai bus also 今見せたのが本気だと思ったのか 何 貴様は今のこの俺が変身したものだということを知らんだろう 貴様にも与えてやるぞ この俺に対する地獄以上の恐怖を 変身だと よし先に絶望感を与えておいてやろう どうしようもない絶望感をな このフリーザは変身をするたびにパワーがはるかに増す その変身をあと2回も俺は残している その意味が分かるな なっなんだぞ そんなあと2回も 見せてやろう 光栄に思うがいい この変身まで見せるのは 貴様が初めてだ 私も戦います くそー 待て 貴様が言っても無駄だ それより これを半殺しにしろ da kommt die alien form aber ich habe ja okay ich habe mich hoch damit gut naja stärker sich da war ich aus oh gott vom paintball gehört zwei von das themen fern ich verstehe ich verstehe da haben wir schon mal würde begonnen aber wir haben na ja wir tun die strahlen kreuzen der piccolo ist der einzige der von den angriff kenne ich ja bitte los habe ich der einzige dagegen die frauen bekämpft hat geht hat ja nicht nur die form der schon direkt die letzte bekämpft gott die format irgendwie flieger nur benutzt für so einfach nur weiß ich einfach so oder lol ich habe es aber noch angenehmer liegt wahrscheinlich oder haben aber zwei sind aber macht automatisch wie die tempel einfach war so viele teamkämpfe in drängen war selbst echt angst später kämpfe oh gott ja dann kann ich das noch ohne krank krank zum bürger von der schande ja da werden da ein eigenes wieder gewesen dauerfeuer angreift und wo sehr gut jetzt weiter bekommen gut ja 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 Doch, das ist das... Wir müssen die Kräutung wieder erinnern, und wir müssen die Kräutung erinnern. Wir müssen die Kräutung sein, die Kräutung sind die Kräutung. Wir müssen das nicht stärken. Aber, wenn du die Kräutung all die Kräutung verletzt, dann geht es einfach nur um die Kräutung zu tun. Aber, bevor du zuerst, dann könnte ich die Kräutung des Todes. Wir müssen die Kräutung des Todes. jetzt jetzt los einfach weggepustet um fährt zu bleiben begeht hat nur ein dorf wenn ich werde freezer den ganzen planeten wahrscheinlich naja weiß magia da kann man so stark abusen ich verstehe ich frage mich öfter die 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 Ich weiß nicht, aber ich weiß nicht, dass ich Begeeta sein muss. Aber... Lass mich wiederholen. Ich werde Freiza nicht verletzen. Was ist das? Was ist das Freiza? Ich habe mich verletzt, aber ich habe mich effizient. Den-Den, ich bitte, ich mache dir die Begeeta. Ich mag mich nicht. Ich will das jetzt nicht. Ich werde das so schnell an. Frieza, Finale Form Frieza の正体 ドラバーを見合う サッポリしてまっていっ 迫力が 外見だけで実力を判断するなといい 見本だ 苦労させて願いを叶えてもらったな お前たちを助けられそう Das war's für heute. die minasa der einfach unseren healer gedauert okay ja wird jetzt mal etwas hilfe ist um wofür welches level 31 ok konnte mich schon gerade bewegen irgendwie so cool alter überall wo ich hingucke und jetzt sehe ich da nicht mehr was macht auch keinen sinn ok vielleicht sollte man irgendwie schon von viel weiter sehen können so haben wir natürlich ein bisschen doof ist hier eine feste oder so werden aber das aber nach da liegt aber gemeinsam und wieder so leute denn der ist down gesagt nix ok freeser zeigte man macht eine super seier chance garthiどもには見えなかったようだが俺には見えるぞ 貴様の動きがな 大した自信だねベジータ それとも恐怖のあまり頭がおかしくなったのかな 今のうちにそうやってニヤニヤ笑ってろ ここにいるのが貴様の最も恐れていた スーパーサイヤ人だ 恐怖の宣告 フリーザ最終形態の超パワー 相変わらず冗談きついね カカロットの出番はないぜ 見えてるぞ ja mal los war ja der serie sagt ja auch auf den ersten licht aus könnte jetzt sogar mit früher aufnehmen aber war ja da kommt sich da auch schon da einfach aufnehmen wir machen häufig schaden heute nicht getroffen ich kriege einige angebereien gott kann ja auch ja wenn erfinder dieser technik warum todesstrahl zwei sterne aber hier bin ich sicher aha ja okay eine menge erfahrungspunkte dafür dass wir den nutzer heft erlegt haben ja 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 soviel dazu こっちからやらせてもらうよ 軽くにっ ベジータは生まれて初めて心の底から上会社あった 新の教育と決定的な挫折 恐ろしさと絶望に涙すら流した これも初めてのことだった ベジータはすでに戦いを失っていた 手助けしたかったらいつでもどうぞ もちろんさと打ち押してる としもちろん よし だし たすぐにたくさんが レンジだ ja da ist ein reichlich mein gott ja ich irgendwie recht irgendwie gut irgendwie ja gemacht mit denen erfahrung wie viel war man kommt und so immer genau so viel erfahrungspunkte die restlichen charaktere wo ist ja so ein trainings dinge da würde ich gerne mal eben auch malen malen das war schon mal ihr selbst Ich weiß nicht, wie ich weiß. Wer ist das? Wie ist das? Wie ist das? Piccolo? Ich weiß nicht. Ich wollte es leben in Trämbor. Oh! Oh! Ich weiß nicht. Ja. Gehen wir noch mal kurz zum Training bringen. Es gibt ein neuer Angriff, die wir lernen können und so. Ich kann nicht feiern. Ich kann nicht mal darauf feiern. Ich meine, in einem Spiel konnte man sogar die ganzen Häuser aber kaputt machen. Da waren da manchmal Dragon Balls drin in einigen Spielen. Ja, da habe ich gesucht. Irgendwas gelenkt. Das kam ja. Super kam ja. Ich würde sagen, wir lernen hier noch ein paar Sachen. Meteor ausschlag stufe 3. Machen wir das mal. Ja. So viel ist da gar nicht mehr übrig von der Saga. Deswegen ist es mal irgendwie, weiß ich nicht. Das muss ich mal lernen. Es gibt also passive Sachen, aber ich finde, das Spiel irgendwie noch einfacher machen. Ich würde sagen, wie ein Meteor ausschlag. Wo sind denn? Dann hast du hier sein, naja. Na ja. Na ja. Na ja. Na ja. Na ja. Na ja. Da haben wir einfach mal hier die ganzen Sachen. Ich hab gesagt, wenn ich schnell genug inwie mich schon gegen sie sage wie lustig vorbei dann sie was die schnell vorbei wäre. Deswegen machen wir also was bisschen bei noch kleines Frisons. aber dann ist ein paar dann weitermachen nehmt man da sind noch eine menge cut teams zu kommen aber trotzdem immer irgendjemand der von der seite mich abwalt da war ich noch ziemlich gerade abgebrochen das gibt es bei treffen nebeneinander da habe ich geblockt naja was jetzt so ein schlag angriff erlernt so dann noch die beiden kamen ja mehr als hier dreimal von koko hat richtig lachen aber ja gott ich noch rechtzeitig ausgerufen hat ein super kam ja daneben aber irgendwie an naja ich muss das ja sagen nicht neben da ist ein daneben was gibt es jetzt nicht ja du bist auch zu weit weg kann ich weiß auch nicht die nase kommen kann ja 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 wie das greift das old school geräusch haben wir schon mehr im anime vor und jetzt aber nach dem ich glaube nicht ich kenne es jedenfalls nicht aus anderen alle w das kann ich auch hier zeigt was frischer gleich meine ganz neuen attacke naja der schalte ein bisschen gekauft hat ein superkabel war ich weiß ich habe er das lerne ich jetzt erst liegen konnte hat schon im dragon ball wenn ich mich ihre sache verfolgten gegnern klingt jetzt schon sehr gut auch meine hier und hp und sich nicht regieren das war ja ja darum um er hat eine bank die damen einsetzen das sind so vorgabe das ist irgendwo so ein campingplatz oder kann man sich nicht auskommt in die fresse doch so auch ja ich gut dazu sind die ganze zeit durch eigentlich neue kreis menschen für normale anrufe und das reicht mir eigentlich schon ich fand dann noch nie bleiben in den kalt schüler rating glass oder die fünf verschiedene arten von angriffen also kannst irgendwie weil nicht den gegner in die wagengrube hauen dann sind sie für die sekunden getäubt dann war es irgendwie so ein aufgeladen angefangen und gegen die weggeflogen sind und sie so ein augen griff machen oder ein beinchen gestellt hat und die hingefallen sind da könnte ich den angst machen wo die umgedreht hat zehn milliarden verschiedene angriffe mit oder ein gegner bearbeiten konzept weil sie sind es mir zu blöde irgendwie wenn ich das jetzt schon viel besser und nur eine art von angefasst aber gott nein sie war dann so was ähnliches hat mir doch das wieder so wie hier du hast entweder hier wo er abweich brecher schaden zeitweise betäubung unfähig sind als die gleichen angriffe nur als immer mit verschiedenen effekten mit gern den ihr mehr schaden so hätte ich gerne super kam ja mehr und als begleiter dabei ist dann dinge auf körper schlag ist auch neu und dann lag auf ein treff ist der gegner verwundbar obwohl betäubung schaden so warten wir mal das ja ja bis habe ich nichts aber habe ich ja gar nicht drückt dort kann ja auch und dann kann man ja mal einsetzen war es tut mich sehr nicht entfernen ich mich sehr abschreckt ist der kp aber auch bewegt jedoch auch den langsamen verlassen tp im verlauf des kampfes hat bis da habe ich nicht so gut finde ich hoffe spätestens bei einigen anderen verwandlungen später jetzt nicht so nachteil geben ich meine so allgemeiner tutorial für für die augen irgendwo sehen wo so ein ding ist und campingplatz zum heilen war ja nicht irgendwo ein ich habe mir also ein paar p verloren ich habe mir noch mal in den kampf gegen kriser ein weiter geht es weiter geht es wunderschöne ich sage ich nicht schön ist ja ich spüre wie keine energie doch jetzt spüre ich energie warum muss man so nah dran sein ist irgendwie die spüren wir immer vom anderen ecken des planeten immer die energie ist ja 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 Untertitelung des ZDF, 2020